ARD Text im Auftrag von Funk Ich hab' den Headshot, der Carry Ja? Ja, und Eselstritt Nein! Oh mein Gott, ich musste die Waffe bekommen Hey, Eselstritt klappt hier gar nicht, Leute Nicht? Nö Bei mir ist Eselstritt Ich hab' keine Waffe mehr, also die Was für eine Verarsche, ich geh' da nicht mehr dran Jungs, ich geh' da nicht mehr dran Jungs, ich geh' da nicht mehr dran Okay, Jungs, ihr kommt jetzt alle mit, jetzt gucken wir mal was ich ziehe, okay? Ich geh' da nicht mehr dran an diesem Scheiß-Kick-Opening So ein Unfall Ich hab' meine M60 verloren Da waren die Dinger 2, habt ihr's gesehen? Ich hab' meine M60 verloren Und das ist der Haushalt gekommen LOL Canadian Black Canadian Black Canadian Black Canadian Black, Alter Meine AP-Files Alter, wie viel Money die hat? Wie viel? Digga, fettes Magazin und dann noch 1000 Was? 1000 Und die kann man nachkaufen, Digga Wo? Auf'n Tisch Irgendwas Jaaa 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 Für so viel Money, äh Für so viele Punkte Ich will Double Tap Oh mein Gott, Double Tap Aber jetzt geben ich mir auch mal alle Perks Erstmal Deadshot natürlich Perk-Order, Digga Perk-Order Ah, hier gibt's kein Quick-Rave Doch Doch Oh, hier Hater Dennis Hier, ne? Hater Mega Alter, die ist ja mega geil Warte mal Warte mal, wie ich die damit rasier Hm? Rasier Warte, ich geh jetzt einmal Kiste, ne? Gönn dir, guck mal Komm jetzt her Jetzt, Digga Jetzt geht's los Bam, Digga Beste Waffe Was hast du bekommen? Was? Was? Die gepanschte Nein, nein Die scheiße gepanschte Maschine, da geh ich nicht mehr ran Die Kiste Ich hab dich verarscht, man Da war eine Galete und ich konnte sie nicht mehr nehmen Und hab sie auch nicht bekommen Ich hab eine 60er nicht verloren Nein, nicht Ah, jetzt kann man ja die Falle aktivieren, ne? Meint dieser Sprühen Chicken ist irgendwie raus Ich probier mal Ich probier mal Oh Es ist echt kurz meine Katze Laufwart, wie ich denn es Nein Jungs, nicht weghalten, ich muss meine Katze holen Oh oh Wo ist der? Okay Ich bin hier Jaja, das ist safe, das ist safe So Guck mal, es recht jetzt Putz Du machst die hier vorne, ich mach die beim anderen Fenster, gell? Hm Ich finde die schießt so langsam, ne? Aber Gar nicht, Alter, oh mein Gott, die ist so schnell, ne? Ich hab nur noch 500 Schuss Alter, die Falle ist jetzt erst ausgegangen, Alter Ach War normale Zeit, denk ich mal Nein Ach Die war gerade über eine Minute aktiv Ist Quick Arrive schon offen? Denk mal Nein Oder? Ne Oh, Doktor Nietz, da hole ich mir mal Mach mal nen Heldsprung Na vor Wut denn Ja, genau Easy Ah, hier kann man sich ne Rhaegger an der Wand holen Lol Hä, was, wo? Bei diesem anderen Negger Bei welchen Negger? Ey, Jungs, Jungs, helf, helf, helf Ich will mir auch mal so ein, äh, Dings machen Bei welchen? Bei wo der Teleporter ist Da wo die Chickens am Boden liegen Achso, da hinten Hä Ah, hier Lol Das ist der, 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 der Chicken Der Chicken Der Chicken 10 Tausend, köst's aber Ob das so rough ist, weil sie ja nicht, ne? Oh Hunde Oh Jungs, die erfallen Voll, äh, Automatisch Lавлив nicht Ah Hup, 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 hup Also, tschüss Jungs, ne, das war schön mit euch bei Pekka punchen die also nicht, da finde ich gut hopp 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 oh jetzt zeig ich die Haka 115 bisschen an die Box gegangen ne, punchen gegangen hopp gönn euch mal die Hunde einfach durchsprayen meint der Hai na, alles frech? ne Galil kann man sich oft an der Wand kaufen verdient hm, gute Frage, wie viel sie hingeht man kann nun endlich lang die Haka nachladen wie ja, die ist einfach nicht voll ja, wollen wir auch nicht bei der M60 auch nicht hm, hm wollen wir mal durch Speedcaller holen, Alter WTF, Alter was war das denn? was war das denn? dass man nicht im Team speak ich glaube auch nicht das war das ganze ich habe mal weg ich habe gebrochen nicht aber ich habe auf die 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 Jetzt mach Speed Call again hier. Passer nicht! Oh doch, ich werd das machen. Ich spiel hier wie... Ja, okay, Dennis. Hättest du meine FAL? Ja. Nee. Loi. Warte mal, die gepuncht nicht, ne? Nein. Loi. Die kann man aber gepuncht, glaub ich, an der Wand kaufen. Gepuncht an der Wand? Ja, hier bei Weaponfall 1500, also. Hast du die auch dort gekauft, Pascal? Ich hab die aus der Kiste. Also, man kann sie hier an der Wand kaufen. Oh! Hinter Quick Drive. Das ist auf jeden Fall günstig hier, ne? Für 950, ne Raygan? Wo? Ja, in der Kiste. Also. Ich geh mal wieder an diese Mystery Box. Oh, da guck ich dir gerne zu. Ja. Echt jetzt? Was ist das? Vielleicht ist da eine Laser Gun oder was? Ja, ich hab ne Waffe verloren, GG. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Vielleicht nicht. Ich glaub, da ist es random, ob man Waffen verliert oder bekommen. Hacker, Alter. Wo ist hier Double Tap? Oh, hau, hau, hau. Hinten. beim nigeronius beim nigeronius hast du ne dg? auf gewinnen junge ja ganz einfach dg lol stack out mit griff mhm ah jetzt hab ich 3 waffen die läuft bei mir guck mal er will auf nigeronius spannen kann er umgehen jocke kringel schnig hin alter hört ihr meine hk? hm hört ihr meine hk wie schnell die ball hat ne ne ganz normal ne will jemand punchen kommen? ne was hat das nicht? help 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 wow ballert das ding im wahrsten sinn des wortes ja yeah baby yeah raygun mod 1 die ist ja vorsch also ich geh da mal punchen ja hehehe hat mich alleine gelassen geil hast du schon mehr punkte für mich vertrauen auf dich schenken digga guck mal siehst du die tarnung von meiner mp5 siehst du die von meiner dg die ist rot ohja ja normale farmers rot weiß blau ja meine kannst du sehen ist die von black ops 2 die zambi tarnung ja es gibt mehrere zambi tarnungen bei black ops 2 ja aber die sind komisch da das sind alle komisch hat sich gesagt verdient aber ich verliere deswegen keinen jörger irgendwas gefixt habe ich dich ja zweimal gesehen ja dreimal viermal ja jetzt hast du locker minus strike und festlechung ja ja das locker mac drive digga aber wo bei obama bestimmt hinten dran genau lassen wir zu obama gehen vielleicht hat er uns was zu sagen ja hier ist was stoner ja ich hab 3 waffen stoner bei obama bei dem anderem obama bei dem anderem obama ist ja auch der kfc obama digga holt euch die stoner verfick nochmal das ist nicht normal dieses gerät mit d кстати mein richtig fit und sinne Pascal verlingme also mach mal an hey h e h e p 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 a p 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 Boah, ich spraye hier einfach durch, Digga. Ja, ich holz die ganze Raygun drauf, ey. Ich zöger Pack-A-Punch. Du Opfer! Bist du punchen gegangen? Assi, Alter. Gucken, ob das Hold-On gibt. Soll ich Pascal griefen? Kannst du mich? Klar. Du standst eben hier in der Trap. Der PHD, Digga, der sterbt halt dich nicht. Wieso? BDV durch PHD würde man nicht durch Traps Schaden bekommen und sterben und so. Das wär so geil. Dann wär das auf Mop übelste Farsche, Alter. Dann wär das auf Dings übelst geil, auf Ascension. Doppelchap. Überall wär das geil. Kino, Digga. Digga, könnt ihr dich da hauen? Loil, Pascal Glitcher Exposed, Alter. Glitcher Exposed. Äh, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin...